Hallo und herzlich willkommen zum Team-Szenario Supremacy 1914. Ja, die Runde ist zu Ende. Wir haben die wichtigsten Punkte erobert, also sprich genügend Punkte zusammenbekommen, um als Team gesiegt zu haben. Dafür gibt es ja dann auch halt diese eine kleine Medaille, die ist da, diese goldene da. Die kriegen ja alle Spieler des Teams, egal welchen Platz man hat. Im Team-Szenario gibt es keinen direkten Platz, also jedenfalls nicht, was den Ornn angeht oder sowas. Und von daher sind wir hier als Team halt durch. Eine schnelle Runde, 23 Tage haben wir gebraucht, um entsprechend das zu besiegen hier, was hier vorhanden ist, beziehungsweise vorhanden war. Alles fing an mit Marokko, mit der Erpressung, die er an Spanien rausgegeben hat. Das hat sich natürlich Spanien nicht gefallen lassen. Es kam zum Krieg und bereits am Tag 5 war das Spiel im Grunde schon entschieden, weil Marokko da schon so heftig Verluste kassiert hat, dass Marokko sich selber nicht mehr halten können. Und dann war der Rest alles nur noch eine Frage der Zeit. Hier hinten, das Osmanische Reich, hat den Fehler gemacht, hier die Tür offen zu lassen, dass es Russland möglich war, hier überhaupt anzulanden, weil hier kein Schutz war, kein nichts, kein gar nichts. Das war für Russland natürlich, ja, wenn man das Schorntor offen lässt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das Stroh fehlt. Also von daher, böser Fehler, muss man da ganz ehrlich sagen. Und das hat dann Russland natürlich auch derbe ausgenutzt und hat das da besiegt. Die SG-14 hat die Karte damit für sich entschieden. Und das Spiel ist damit zu Ende. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.